Tja, Glückwunsch du Held! Du hast einen Mörder gerettet! Ein Monster! Ein Idiot! Den Pool dank dir für dein Bemühen! Es sind noch mehr Todgewalt in Gotham unterwegs! Du kannst deinen unerträglichen Prinzipien nur treu bleiben, wenn du sie alle rettest! Es ist ein Stück hier! Achtung! Die Fledermaus! Das ist Batman! An alle Unterstützungsteams! Batman verfolgt mich! Schenkt Hilfe nach Fledermaus! Er ist an uns dran! Ich kann ihm nicht entkommen! Kommt schon, schüttel ihn an! Bitte mir weiter, Felschlüsse, er ist berein! Nein! Der Gegner greift an! Mich hat's erwischt! Die Mediz hat wieder einen, Lieutenant Weniger! Ich habe gehört, Batman ist nicht mehr derselbe, seit der Joker tot ist! Die Fledermaus hat nicht die geringste Chance, Scarecrow noch aufzuhalten! Was ich so höre, wird Batman immer schlimmer! Er schlägt fest dazu! Den Joker getötet zu haben, hat ihn verändert! Er trifft! Sputten zerstört! Zeit! Was ist das? Gefehl dir dein kleiner Ausflug im Luftschiff, Deine Chief? Ich habe deinen Moment der Ablenkung genutzt und noch mehr Rätsel in Gotham verteilt. In der Tat sind diese Rätsel so komplex, so teuflisch innovativ, dass ich nur für ihren Aufbau einer Rasse robotischer Diener erschaffen musste. Was treibt dich? Bei den meisten ist es die Angst vor Einsamkeit, Armut, Tod. Aber nicht bei dir. Du verhältst dich wie jemand, der fälschlicherweise glaubt. Seine schlimmsten Ängste wären bereits wahrgeworden. Wann geht's, Gercross? Schau wieder los. Batman hat eine Schuppendrohne getroffen. Was ist deine Schuppendrohne getroffen? Dann ist er würde ich verraten. Okay. Ich dachte schon Arkham City war ein Spaß, aber das ist um Welten besser. Was Gagrow wohl mit dieser Maschine von ihm vorhört? Serpent offline! Du hast hart gekämpft, aber deine Suche nach dem Cloud World sieht doch gar nicht aus. Die Verstärkung ist unterwegs. Ich werde beschossen! Wenn du mich hochjagst, nehme ich nicht mit! Du kannst mich nicht aufrecken! Ich werde beschossen! Ich werde beschossen! Ich werde beschossen! Die Verstärkung ist am Boden! Und zum Teufel bleibt die Verstärkung! Ich werde angegriffen! Ich werde angegriffen! Verliere die Verstärkung! Alle Begleiteinheiten sind zerstört! Ich hänge ihn ab! Ich bin zu gut für dich! Die Miliz hat noch einen Lieutenant verloren. Der Tiefel ist weg! Der Wind hat noch eine Möglichkeit! Der Wind ist durch, von den Flammer muss man mit dabei! Der Wind wird verflöpfen. Die Verstärkung ist vorgleich THEYLE! Bring uns hier raus! Die Miliz redet dauernd über dieses Cloudburst-Ding. Vielleicht wird es Zeit, die Stadt zu verlassen. Ich habe gehört, man hat viel Material von den Luftschiffen gefunden. Fieses Zeug. Wir müssen unbedingt runter vor den Straßen, wenn das Ding losgeht. Wenn der Cloudburst hochgeht, werden sie... Diese Plünderer wünschen sie, wenn sich nichts verpisst. Wir sollten von ihr verschwinden. Scarecrow hat was vor, das merke ich. Ich hoffe, sie schicken die Nationalgarde. Nationalgarde. Wir machen sie alle. Ich habe immer noch Gänsehaut, Jungs. Das nächste Mal... Hat jemand ein Ersatzgeschütz? Ich habe in der Ausbildung einen Cobra-Prototyp gesehen. Das Ding hat ein ganzes Bataillon ausgeschaltet. Ein echtes Monster. Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Ohne seinen Wagen ist Batman nichts. Er muss sich erst mal gegen echte Soldaten beweisen. Einde von Knoner. Schnell! Schnell! Schwer die chills ab! Ach! Ach! Back! Ach! 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 Jetzt bist du nicht Peròischlar. Ach! Ach! Ohne seinen Können! Hey... cake... Delml uns��� puge. Geh! Wenn ich mit Gotham fertig bin, dann ist das... Du bist so gut, Batman! Meine Männer sind bereit! Ausbereit! Abgehörte Jungs von Pinguinen hatten die Pflegermaus im Visier, bis einer seiner Helfer aufgetaucht ist. Scarecrow zieht das an Halloween durch. Schätze, er hat doch ein bisschen Humor. Der Arkham Knight ist mutig. Muss er auch sein, wenn er sich an die Pflegermaus herantraut, nachdem der den Joker abgemurkst hat. Wenn wir hier fertig sind, wird nichts von dieser stinkenden Stadt übrig bleiben! Der Prinz von Gotham sitzt hoch. Ein ehemaliger Leiter durchlief eine seltsame Wandlung, die Walzung. Die Liga der Killerstach klingen durch Herz. Entwaffnenschaft! Es scheint hier... Arkham Cities allerhöchstes Haus. Hier arbeitete einer ohne Mitleid. Oh Graus! O Graus! Irgendwas ist anders. Scarecrow wird immer gruseliger, als würde er sich auf irgendwas freuen oder so. Seht ihr das Luft, Jeff? Die Miliz hat die ganze Frontseite abgerissen. Ich bin extra aus Bloodhaven raus, um von dem wegzukommen. Ich bin extra aus Bloodhaven raus, um von dem wegzukommen. Ich bin extra aus. Kannst kaum erwarten, dass Scarecrow diesen Mist freisetzt. In letzter Zeit wird es hier echt langweilig. Jungs, jemand hat dieses Luftschiff auseinander gerissen. Das war geil! Ich hatte noch nie so viel Spaß! Und so braucht der Riddler kein Woman überhaupt! Ich dachte, dem geht's nur um Batman! Glaubt mir! Lass die Banken besser in Ruhe! Die sind reserviert! Was hat Scarecrow vor? Er soll die Fledermaus einfach töten! Diese ganzen Pläne machen mir Kopfschmerzen! Der Arkham Knight hat die Fledermaus im Visier! Er wird ihn bald vom Himmel holen! Ich hab gehört, Gasmasken helfen nicht, weil das Toxin zu stark ist! Scarecrow! Oh Mann, dieses Gesicht will ich nun wirklich nicht über ein ganzes Gebäude projiziert sehen! Sie war nicht die erste deiner Freunde, die gefangen ist! Wie viele mehr müssen sterben, bevor dein Töger der Kreuzzug sein verdientes Ende endet! Was macht die Fledermaus hier?! Was macht die Fledermaus hier?! Was macht die Fledermaus hier?! Batman hat ein Panzer! Scarecrow hat zig Panzer! Wo ist mein Panzer?! Was macht die Fledermaus? Das ist nicht fair, Mann! Niedermaus! 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 Harley ist in der Stand! Dachte, die würde ohne den Joker eingehen und sterben! Oh Scheiße! Er klebt an uns dran! die Fledermaus ¡Bank! Tritt rauf! Bring! Zieh raus! Riddler wird es noch bereuen, sich mit Catwoman angelegt zu haben. Die ist rachsüchtiger als die Fleder. Dein Gesicht bei seinem Anblick. Wer hätte das gedacht? Der große, böse Batman hat Angst vor seinem Spiegelbild. Fürchte dies, fürchte das, Mann, ich wünsche der Syncrow würde meinen Witz erzählen. Der Arkham Knight ist nur ein harter Kerl mit ein paar Söldnern. Two-Face, dem Wrangler, zum Teufel sogar dem Pinguin. Die, die haben diese Stadt im Griff und daran wird sich niemals etwas ändern. Ich habe schon ein paar Gefängnisaufstände erlebt, aber das hier ist viel besser. Seht ihr das Luft, Jeff? Die Berlins hat die ganze Frontseite abgerissen. Die Stadt? Wirklich? Mit dir habe ich eine Rechnung offen seit dem Asylum. Das wird macht uns glatt! Ich bin stopp! Ach ja schon! Oh Gott, was macht er? Wir nähern uns eurer Position. Wir schalten ihn aus. Halt ihn, wie wir vorbleiben! Es sind noch drei Einheiten aktiv. Was kommt denn denn aus? Hier! Gegner, greifen an! Halt mich um, Jax! Nehme ich dich mit! Oh! Er hat noch einen erledigt, nur noch zwei übrig! Verstärkung am Boden! Jetzt hier! Den von mir immer noch, ich muss ihn abhängen! Ich werde beschossen! Du kannst mich nicht aufhalten! Die Miliz hat einen weiteren Lieutenant verloren. Ausgezeichnet, Sir. Es dürfte nur noch die Hälfte übrig sein. Oh! Mach's! Als ob Scarecrow genug! Das hätte, um die ganze Stadt zu verhelften! Jungs, jemand hat dieses Luftschiff auseinandergerissen. Das war geil. Sieh dir das nur an. Bomben auf den Straßen, Soldaten auf den Gebäuden. Wo kommen diese Milizen eigentlich her? Selbst jetzt setzen sie auf dich. Die unfähigen Behörden, alle die feigen Flüchten, alle die... Die Augen auf den Augen und auf den Augen und auf den Mann, der seine Freunde enttäuscht.